Die Zauner griffen das Feld, denn wir brauchen ein paar Meter mehr, um den letzten Weitwerfer, sich im Fetsche Svar zu ermitteln. Auch dort sind drei Leute im Finale, ob das total am schnellsten ist. Aber eins nach dem anderen, ich sehe Florian mit mir, der ist bereit, Thomas ist bereit. Drei, zwei, eins, go! Erster Kett auf beiden Seiten. Nahezu gleich auf. Kaffeein, 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 ein Haufschneider. Damit im Fotofinish gewinnt der Thomas auch den Gegent, Florian mit mir. Herzlichen Glückwunsch. Ey, was für ein Wettel, geil, geil. Das war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, haarscharf. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt eine kurze... Aufs Spielfeld, schnell das Spielfeld abbauen, öffnen. Wir machen jetzt eine kurze...